Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei TekTOW. Hi, es geht! War schon extrem cool. Na ja, okay meine Rüstung ist heftig geil. die lädt sich ja so auf jetzt beim laufen also geil ich könnte eigentlich mal obwohl das nichts mit der kipp zu tun hat dingens machen tränke macht so le neid ja das kannst du tun erstmal will ich das land dafür die scheiße das land das rind das land ja entschuldigung kann ja mal was falsch verstehen ja 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 ganz unruhig hier okay okay man 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 so wir haben noch zehn iron ingot zehn wir hatten noch letztens zehn stacks oder so wo ist das ganze ne ne es war eisen dass das muss ich noch mal kurz einschmelzen also die ganze ich muss jetzt eigentlich im prinzip die ganze zeit einschmerzen mein jetpack muss ich mir auch noch auf meine rüstung haben oh mein gott ja die ist das ne wieso funktioniert das jetzt nicht habe ich das eisen nicht mitgenommen wie blöd so axt machen wir das ich hoffe hier hinten es braucht noch keine monster so mein ich brauche jetzt eigentlich meinen mining drill nicht mehr weil ich habe jetzt mein power tool das will ich gleich mal ausprobieren hier das hat jetzt eigentlich alle module installiert dies braucht auch wenn welchen bauern nehmen wir denn mal ja geil auf jeden fall hammer kannst du mir noch packen in die ender chest wenn du kurz zeit hast ja ich muss nur kurz hier aber was machen fackeln ich habe aber ich habe gar keine ender back mehr wir müssen neu bauen und wir müssen auch noch eine ender chest und system anschließen da habe ich ja eine zu hause die können wir die 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 wenn ich meinen die können wir umpflanzen ja 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 das sagen sie alle nein das sagen sie nicht alle verdammt doch sagen sie man doch ist echt so ich will mein jetpack auf meinem auf meiner rüstung haben wir dann bauen jedoch eins verdammt das mache ich auch hier schönheit weil hier unten liegt noch erde übrigens ich habe jetzt auch noch werde ja toll 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 ja man toll was ist schön gemacht aufnahmen so viel bestellt hat ist das dein problem du hast zu viel ehr anmerksam gemacht过ne das regeln von mann zu mann hier komm her los nein das gibt ein scheiß power tool da meine ich weiß noch keine waffe drauf also und daher braucht sie nicht so große sorgen machen na dann ich hier brauchen wir davon drei stück vier vier stück ne was sind acht okay wir waren noch von acht stück das heißt acht at once circuit so lustig glowstone haben wir auch nur noch fünf dmd abwendig früher mal viel mehr ich hatte noch viel reingetan es ist irgendwie alles weg du musst mal bei mir denn in der gold du musst mal bei mir gucken du willst doch haben also ja ist ja schon gut ob ich nicht naja hier komme ich oder in der ecke ok lass mich mal hier schauen eben entweder in der goldkiste ja hilfe so dass das 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 sehe nichts ist gold aber nichts sollte eigentlich auch los sondern sein ist gar nichts da müssen wir mal muss ich mein weiter habe ich das im inventar glowstone das ist dann haben wir noch fünf stücken wo ist eigentlich mein jetpack hin ist auch weg das stimmt wo ist mein ganzes glowstone hin ja das ist habe ich das schon bestimmt da reingetan ach hier ist es ja legt man die ding ins kiste also ins system muss ich mal gucken wo ist jetzt wieder mit der das war ja aber nicht alles da brauchen wir auch noch requested eight electronic circuit request successful oder kraftet jetzt ein bisschen vor sich hin ich könnte noch ein bisschen iron das request dann ich brauche stick hallo stick kommen wir jetzt mit ganze scheiße weg ja er hat scheiße gesagt also untergaben jetzt request ich hier oben erstmal eisen das könnte jetzt ein bisschen dauern oder funktioniert das auch so ich weiß es gar nicht hast du das ding ins bei dir schon weg getan die erde was für ding ins die erde nein die liegt noch daran gut dann hole ich mir die gleich mal ab ich muss mal was gucken es regnet es regnet die blöcke werden nass ich was mache ich denn hier ich will doch einfach nur ein bisschen lapislazuli kommt das an ja okay also die also die pipes sind noch nicht ganz ausgelastet gerade wenn die pipes nämlich ausgelastet sind funktioniert das ganze system nicht mehr wenn irgendwo zu viel requested wird und das ist dann relativ okay uncool ausgelastet und jetzt noch rot stein hallo rot stein da sag mal hast du hast du da vögel im hintergrund bei dir ja so schön solltest du im auto hören das auto höre ich nicht aber die vögel okay okay wenn das vier es gibt gar nichts interessantes hier mal acht sind scheiße ist das teuer junge was ist hier los hier